Berechne das Gewicht von Asterix und das von Obelix, wenn ihre Masse jeweils 45 Kilogramm und 140 Kilogramm betrage. Zuerst schreiben wir die Angaben auf. Die Masse von Asterix beträgt 45 Kilogramm. Die Masse von Obelix beträgt 140 Kilogramm. Nehmen wir an, die beiden sind in ihrer Heimat Belgien. In Belgien gilt G gleich 9,81 Newton pro Kilogramm. Was wir suchen, sind das Gewicht von Asterix in Newton ausgedrückt und das Gewicht von Obelix ebenfalls in Newton ausgedrückt. Um diese Gewichte herauszufinden, nutzen wir diese Formel. Für Asterix gilt also, das Gewicht ist 45 mal 9,81, das heißt 441,45 Newton. Das Gewicht von Obelix, das ergibt 140 mal 9,81, das heißt 1373,4 Newton. Die Endantworten auf diese Aufgabe lauten also, das Gewicht von Asterix beträgt 441,45 Newton und das Gewicht von Obelix beträgt 1373,4 Newton.